Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel und Wikinger-Freunde zu Kaltchas, die Rache des Regengottes. Wir haben es leider in der letzten Aufnahmesession nicht geschafft, die erste Mission zu beenden. Dauert dann halt doch ein bisschen länger als erwartet, deswegen geben wir gleich wieder Vollspeed. Und ja, Bier wird gebraut, sehr gut. So, unser Fischer arbeitet noch fleißig, Nahrung wird hier eingelagert. Wir müssen hier in unserem Torwall noch immer 10 Bier zahlen, davon haben wir jetzt gerade mal 6. Aber es kommt ja immer wieder Bier rein, dadurch, dass die Produktion gut funktioniert. Achso, da haben die Eskivos hier unten gerade ein Kind gekriegt, deswegen ist hier die Wolke aufgeploppt. Ja, mal gucken. Dem Holzfäder den Tribut zahlen. Ich finde es ja eigentlich schon mal interessant, dass er alleine wohnt, obwohl er angeblich seine Frau doch bei ihm wohnen sollte. Laut Questbeschreibung. Wir haben sie da wohl einfach vergessen. So, du bist erfahren und kannst trainiert werden, das ist okay. So, jetzt sollten wir... Achso, wir haben hier unten nur 4, keine 6. Jetzt kommt aber gleich das Bier, was wir noch brauchen. So, dich... Bilde ich jetzt mal zum Träger um, dass du mir die Speere schon mal aus der... Speermacherei holst. Träger... Du bist erfahren und kannst trainiert werden, ja. Die Straße nimmt ja schon mal Form an, was gut ist. So, jetzt haben wir aber das nötige Bier. Jo, Friede und Freundschaft. Wir haben... Ja, das lobe ich mir. Frisches Bier. Thorvald stürmt auf das erste vor ihm liegen die Bierfass zu und hob es an, um mit einer riesigen Gier das längere Gebäuse an die Kähne befeuchten zu lassen. Langsam lässt er das Fass wieder ab und schaute uns mit freudigen Augen an. Mein ganzer Vorher hat ein Bier es wieder aufgefüllt. Mit diesen Worten hob er auch schon das nächste Fass in seine Lippen. Komm, trinkt mit mir, lasst uns auf die großen Taten, die noch kommen werden, anstoßen. Es wurde eine lange Nacht und ein langer Morgen, bis wir und Thorvald uns genügend Mut angetrunken hatten und wir zurück zum Dorf wollten. Geht schon vor, klang es noch aus der Hütte Thorvalds. Ich hab hier, um eine Kleinigkeit zu erledigen. Doch sobald die große Fahrt beginnt, werde ich da sein. So, du hast Träger in der Schule gelernt. So, das heißt, wir haben auch Thorvald auf unserer Seite. Jetzt fehlt nur noch die Vorräte. Ja, gut, er lagert schon mal Speere ein. Ich stelle hier mal den Spier- und Nahrungsdemand unter. Dass er erst mal die Speere einlagert. Und dann kann er nach und nach Nahrung und Bier einlagern. Ach, er holt sich jetzt Steine von hier drüben. Ja, ich werde da noch Bäckerei, Brauerei und Jägerzelt anschließen. Vielleicht ans Wege-Netz, dass das auch ein bisschen schneller geht. Ausgeruht und satt, das ist gut. Und ja, ganz ehrlich, ich verzichte auf die Möbel-Schreinerei. Mein ganz ehrlich, wozu jetzt noch Möbel herstellen? Ich könnte hier Speere gegen Möbel tauschen, aber das wäre kontraproduktiv. Und hier gibt's nur Nahrung. So, kriegt er hier noch ein paar Steine für die Straße zusammen? Wäre ja schon mal nicht schlecht, oder? Na, wäre wenigstens unsere Straße hier fertig. Oh, und der Müller bringt schon Mehl in unser Hauptlager. Ja, ich denke, ich wäre ihnen entschaltig. so noch zwei steine und dann ist er fertig mit der straße ein speer noch und dann sind wir auch fertig hiermit da wurde aber gerade lieber leben klumpen na gut wenn er abwechselnd neben klumpen und speere holt sonst egal sein setzen wir mal ein bisschen weiter rüber wird ja nicht so schwierig sein den letzten schwer zu holen oder ja er heute letzten speer sehr gut so dann wirst du zum händler und bringst zeug hin und her so da kommen schon mal die 10 speere aber du bist fertig mit der straße gut das heißt wir schließen die beiden gebäude und den jäger an gut speere sind da das heißt ich kann hier das bier wieder auf 30 die nahrung auf 100 stellen so 10 speere im schiff das sind nur noch nahrung und bier und ja die straße werden zum glück viel schneller gebaut weil der weg bis zum steinbruch und alles ein bisschen kürzer ist so 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 So, du bist auch wiedererfahren und kannst trainiert werden. Und Bjarne, unser Bäcker, kann auch mal trainiert werden. Sehr gut. So, du bist, du bist, du bist, du bist. Weizen wird bald wieder geerntet, denke ich mal. Ja. Also, es läuft alles. Wunderbar. Alle mögen mich. Also, so Motorwall, alles auf Marathonshüde, Valahook ebenso. Fischerzelt steht leer, ist aber nicht so wichtig. Ja, die Nahrung wird langsam, das Bier dann wahrscheinlich auch. Oder sind wir hoffentlich bald fertig mit der Mission. Unsere paar wenigen Straßen, die wir brauchen, werden auch langsam. Ja, Öl für unseren Bierbrauer eigentlich. Aber wie gesagt, nur für den Bierbrauer allein werde ich jetzt keinen Tempel aufstellen. Zumal die einzigen Pilze, die wachsen, hier drüben sind. Und wir sind ja eh demnächst fertig.